Warum ist die Beleuchtung an einem Industriearbeitsplatz besonders wichtig? Im Gegensatz zur Beleuchtung an einem Büroarbeitsplatz, wo meistens die gleichen Aufgaben zu erfüllen sind, gilt es, in der Industrieumgebung genau den Prozess zu berücksichtigen, der an diesem Arbeitsplatz ausgeführt wird. Ein wichtiges Kriterium ist, darauf zu achten, dass die Beleuchtung optimal auf die Arbeitsfläche ausgerichtet wird. Das gelingt am einfachsten, wenn die Leuchte direkt mit einem Gelenk versehen ist. Durch das integrierte Gelenk lässt sich die Leuchte optimal ausrichten. Eine weitgehende Blendfreiheit wird erreicht durch den Einsatz eines solchen Parabolspiegelrasters. ITEM – Ihre Ideen sind es wert!